Du verdurstest immer. Du kannst 8 Tage lang oder so, kann man doch ohne essen, ne? Länger. Ohne Essen kannst du ein paar Wochen auskommen, ohne Trinken hast du ein Problem. Deswegen, also, äh, deswegen ist es eigentlich unrealistisch. Ja, okay, aber ich meine, es wäre auch irgendwie ein bisschen zu einfach, wenn du, äh, nur irgendwie alle zwei Wochen mal extremely hungry bist. Dann wäre es auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen lame. Ja, die sollten es nicht so im Minutentakt, vielleicht so in 3-4 Stunden kannst du sagen, am Dying, okay, aber nicht sofort danach, weißt du was man? Ja. Ich bin's dumm. Ich kann halt mit nem Messer ne Dose aufmachen, obwohl ich mir einfach vorstellen kann, dass so ein kühlscher Messer einfach abbricht. Aber natürlich kann ich nicht mit dem Gewehrkolben, also hinten mit dem Schaft, kann ich natürlich nicht die Dose aufhauen. Das geht natürlich nicht, das ist, äh, nicht möglich. Darauf nutze ich meistens ein Schraubenzieher. Äh, wenn du so ein Ding aufmachst? Ja. Das ist zwar ein bisschen Verlust, aber nicht so viel wie der Schaufel zum Beispiel. Am besten ist es eh Dosenöffner. Aber wann findest man schon Dosenöffner? Ich hab, was heißt oft, also ich hab eigentlich, wenn ich so ein paar Stunden gespielt hab, immer irgendwo einen gefunden. Findest du oft in Läden, also so in, äh, Einkaufsläden. Ah, ich bin hier grad mal, mal gucken, vielleicht find ich ja was Schönes für uns. Aber ich hab irgendwie so eine ganz miese Verahnung, dass hier irgendwas passiert gleich, weil... Da, was war sonst? Keine Zombies da, das heißt, irgendjemand war hier schon oder ist hier noch. Nicht, dass ich mich grad so ein Keks freue. Ich find eigentlich ein Axt und dann BOOM, Headshot. Ja, grader so, am ins Inventar tun. Das war ganz episch geschnitten mit Ranzoom und Zeitlupe. Und dann so, äh, dann einfach wieder normal und dann geht so Musik aus und so weiter und dann einfach so BOOM. Okay, ich werd hier mehr, mehrfach gehauen. Und ich kann sie nicht... Ich bin nicht bleeding, nein, ich bin noch nicht bleeding. Ah, ne Knarre, geil. Was für eine. Mosen. Oh, du Wichser. Boah, ha, 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 ich hab einfach den Stil, äh, den, den Skill. Aber noch keine... Rosin ist meine, ist mein Mädchen. Ah, Dosenöffner. Loy. Dein Ernst? Ja. Hahaha. Ah, lol, lol, geil. Ah, ich hab eine Dose noch aufbekommen und jetzt will ich wieder bleeding. Glaube ich. Nein, doch nicht. Fuckt aber richtig ab, Sammies. Man kann ja im Prinzip nur auf dem Dach essen. Richtig nachlich. Ja, das ist... Alles nicht so ganz einfach. So. Jetzt brauch ich noch Munition für meine Knarre, dann wäre das natürlich optimal. Ja, das wär echt optimal. Und ich hab die Dose verloren, als ich sie aufgemacht hab. Lol. Ich bin... Green Hungry. Ach, äh, ich bin, äh, Brot Hungry. Das fuckt grad richtig ab. Das wird's ein bisschen kritisch. Ich bin jetzt im Polizeigebäude. Vielleicht find ich noch eine Knarre für dich. Oh, oh. Ich glaub, ist hier irgendwo drin. Oh, das ruckelt, Alter. Fick dich doch jetzt mal hier. Sorry für diese bösen Wörter, aber... Ah, ja. Mach auf meinem... Da. Okay. Ich hab irgendwie vom Dach gefallen, dann war ich wieder auf dem Dach. Also, da war ein schöner Bug am Start. Ey, bei mir backt's auch gerade ohne Ende. Natürlich, natürlich, warum auch nicht? Komm vom Dach runter. Und ich bin noch auf der Leiter und werd auf der Leiter einfach mal gebumst. Oh, oh. Aber diese Zombies, ne. Ich muss mal kurz... Ich muss einfach außerhalb der Stadt. Wir brauchen uns einen eigenen Server. Dann machen wir ein Passwort, dann looten wir. Und dann gehen wir auf einen anderen Server. Ich muss auf... Ich muss auf Nuklear spielen, Alter. Ich hol jetzt die SGH und dann geht's los. Da wird ein bisschen geghostet. Finde ich. Ist doch noch Call of Duty, oder? Hm? Ist doch hier Call of Duty, oder? Wie jetzt? Was? Ist doch hier Call of Duty, oder? Was ist das für ein Spiel? Nein. Was ist denn das? Dann? Das Call of Duty? Ich meinte, hier bei DayZ holen wir uns einen eigenen Server, machen ein Passwort, looten uns voll und dann gehen wir auf einen anderen Server. Ah, das wäre lame. Oh mein Gott, ich muss meinen Helm tauschen. Ich habe gerade den mega coolen Hut gefunden. So das richtige Outfit und schon bin ich... Yeah. Die Polizei-Mütze. Was, du? Ja, ich habe mich gerade aufgezogen. Oh, 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 sie kommt doch nicht durch die Tür durch, aber sie campen vor der Tür. Ja, das ist besser, als dass sie reinkommen, ne? Ah, ich bin mir da gerade noch nicht so schlüssig, was da vor dir jetzt gerade besser ist. Also im Polizeirevier gab es nix, außer ein bisschen... Gut, ich kann jetzt keinen Trinken mitnehmen. Scheiße, aber ich zauf jetzt mal was. Kannst ja so machen, dass wenn du gerade nicht so die Monster-Zombies hinter dir herrennen hast, dass sie keine Ahnung irgendwie... Leute, die Texturen sind sich ja nicht eigentlich, ob sie matschig oder voll sein sollen. Du musst jetzt erstmal irgendwie einen Schulransen finden oder einen Rucksack, wo ich gar nicht ganz ganz... Oh mein Gott, zwei FPS, zwei FPS, zwei FPS. Was hast du eigentlich für ein System, Alter? Was ist los mit dir? Ja, das ist ja... größtenteils stabil, aber gerade wird es irgendwie gar nicht mehr. Bei mir ist es aber auch irgendwie... Bei mir ist es aber auch irgendwie... 2 FPS sind schön. Es ist ruhig. 2 FPS sind schön. 2 FPS, ja, 2 FPS, das sind die besten Zahlen. Bei mir ist es auch am Stadtteil, es ruckt und zuckt ohne Ende. Das war gerade eigentlich größtenteils normal. aber ich weiß nicht wenn wir mal auf spieler treffen wir das auf jeden fall extrem uncool wenn ich dann so eine so eine hunderter liegen einfach zwei brillen obwohl es ein gasthaus ist habe ich da was habe ich da zackle woher schön wenn ich keine falls mehr mit zombies johann konnten nein pick dich johann confused halt's maul du bist also ohmächtig gut gemacht oh fuck der zombie aufgewacht aufgewacht schnell schnell renn 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 nur dein fucking leben scheiße die sind perfekten zombie an der backe ich hab kein nix ich muss mich eigentlich auf dem dach campen und da nie wieder runter kommen oh wir tausend zombies nein es sind immer zombies jetzt habe ich fünf zombies an der backe oder was oh ich muss auf jeden fall gleich richtig gut ernähren und so weiter damit ich wenigstens ein bisschen was regeneriere you are unconfused nein er rastet aus ich will mich nur ganz kurz verbinden bitte bitte wach wieder auf bitte wach wieder auf bitte ich muss irgendwo hoch auf den turm klettern oder so versuche ich gerade aber naja bist du eigentlich noch in der city ich renne hier rum und versuche gerade von zombies zu fliehen ja ich renne jetzt mal richtung feuerwehr vielleicht finde ich da eine feuerwehr axt ja ich weiß welche stadt das war aber ich weiß nicht genau wo die ist die sind aber am wasser wenn du links am wasser bist immer links am wasser nein ich weiß ich weiß in der stadt wo du gerade bist weiß ich aber dad es ist nicht sein fucking ernst tschuldigung für diese missetat missetat begann da liegt die pump gun übrigens ja läuft bei dir ich bin hier hart am verrecken und du freust über die pump gun du interessierst du hörst mir die zu du interessierst dich nicht für mich ich bin gefangen im feuerwehrturm was mache ich jetzt liebst du mich überhaupt noch natürlich wohooo dicht pf jetzt einfach voll den netten punch ins gesicht ok ich habe zwar eine waffe aber keine munition ich habe meine fäuste dann kann ich nichts gegen die zombies machen ich hatte gerade ex ich hatte jetzt eine spitzhacke gefunden womit man die zombies richtig leicht liegen also umhauen kann das ist ich sterbe jetzt jetzt hätte ich es gefeiert weil jetzt hätte ich die die störtelten doch gelaufen warte fach zurück naja seit die gepätscht wurden welche für die schwende laufen haben die die sind auch voll überport geworden ich hab ins gesicht geschlagen dann fällt er eigentlich um er ist runtergefallen er krass farbe was kommt er wieder ich kann mich nicht ey digga mein spiel hat farbe geil erstmal umgucken wo bin harte lex und ich glaube ich bin ich bin glaube ich wieder am norden shit man müsste sich jetzt eigentlich dauerhaft umringen und dann einfach warten bis wir mal jetzt steht er blöd auf der treppe rum jetzt kommt er ich hab mir ins gesicht gepanscht er ist runtergefallen du dreck exploder zombie ah ja gut ja ich glaube ich bin da in der nähe bei beresino das ist doch gar nicht so verkehrt ja in beresino findest du oft rucksäcke weil da halt dieses obwohl warte weißt du wo du rucksäcke findest da müsste so eine baustelle sein bei dir so ein baustellengebäude ich weiß nicht kennst du die ich glaube ja ich bin gerade auf der flucht ich höre jetzt mein brecheisen ich könnte mal abhauen ich habe jetzt die treppe hochgetreten direkt jetzt oben das ist wenn du richtung elektro läuft weißt du in welcher also wasser rechts von dir ne richtig das ist ja die stadt dann vor mir läuft sozusagen wenn ich jetzt hier wieder rauslaufe genau da muss irgendwo links also am anfang von der stadt links so ein bisschen bevor die ersten die ersten